Wie heiß willst du noch werden, Sonne? Oh oh So bügeln ist halt immer echt heiß Also wenn jemand so bügelfreie Hemden Das wäre echt mal ein Ding Ja, ich such dir mal welche raus Ja, ihr könnt es lesen da oben Wer das nicht kann, Übersetzung findet ihr in den Kommentaren Ja, kein Problem Google Es heißt China Buffet Restaurant Awesome in Maribou Genau Super Awesome China Buffet Maribou Also ich, ja war gut Was mich beeindruckt an diesen China Buffets ist Überall auf der Welt gibt es das gleiche Konzept Ich weiß nicht, gibt so einen China Buffet Händler Der alle beliefert oder wie läuft das? Weil es schmeckt überall gleich, sieht überall gleich aus Es gibt nur leichte Veränderungen im Wie die das aufbauen und Service und so Aber sonst ist es fast immer überall gleich Ja, ist schon sehr ähnlich Ja, ist krass, ne? Ja Diese Typen müssen wir mal kennenlernen, wer diese ganzen Leute beliefert Ja 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 Ja